Hallo, da wo ich herkomme, sagt man Tag, aber ich lebe jetzt schon so viele Jahre in Bayern, deswegen Grüß Gott. Mein Name ist Johann Jakob Wulff, ich bin Hochzeitsredner bei Strauß & Fliege und das gefällt mir besonders gut, weil ich gerne mit Brautpaaren zusammenarbeiten, die mir die Liebe erklären, die mir sagen, wie sie zusammengekommen sind, wie sie sich streiten, wie sie sich versöhnen, wie sie mit ihren Familien leben, ob sie Kinder haben wollen, wohin gerne sie in Urlaub fahren, ob sie miteinander auf der Couch liegen und chillen können oder ob sie ganz aktive Leute sind. Jede Beziehung ist unterschiedlich, alle haben ihren Weg, um ihre Liebe zu leben und als freier Trauredner begleite ich euch auf dem Weg zu eurer Hochzeit. Ich freue mich darauf, mit euch, mit euren Verwandten und mit euren Freunden die freie Zeremonie vorzubereiten und sie für euch zu gestalten, denn ihr steht im Mittelpunkt, ihr wollt heiraten und dabei kann ich euch gerne helfen.